Ein herzliches Willkommen von den UK Business and New Product Development Teams an den Appetito Aufsichtsrat. Team Appetito möchte einen wirklichen Unterschied machen in allem was wir tun. Wir kreieren Konkurrenzfähigkeit. Wir streben täglich herausragende Qualität bei der Durchführung unserer Aufgaben an. Dabei versuchen wir ständig vorauszusehen, wie die Zukunft aussehen wird. Wir versuchen uns vorzustellen, welche Bedürfnisse und Anforderungen unsere Kunden haben werden und welche Produkte und Marktkonzepte diese Bedürfnisse und Anforderungen befriedigen können. Appetito war immer innovativ. Das Chefmobile, das die Welt des Essens auf Rädern auf der ganzen Welt revolutioniert hat. Und wie Sie zuvor gesehen haben, ist Appetito an der Spitze bei der Innovation des Krankenhaus-Catering und zwar sowohl mit unserem Massenservice als auch mit unserem preisgekrönten Carte-Schwa-System. Innovation steht im Mittelpunkt unseres Geschäfts. Wir glauben, dass sie in unserer DNA steckt. Wenn Apple nicht innovativ gewesen wäre, würden heutige Computer so aussehen. Wenn BMW sich nicht entwickelt hätte, würden wir immer noch eines davon fahren. Die Geschichte zeigt uns, dass nicht alle Ideen es schaffen. So möchten wir Ihnen heute zeigen, was wir erreicht haben und Ihnen einige Innovationen präsentieren, an denen wir arbeiten. Hoffentlich werden Sie davon inspiriert und teilen unsere Vision der Zukunft. Jede neue Idee regt eine andere an. Fühlen Sie sich deshalb aufgefordert, uns Ihr Feedback zu geben und Ihre Ideen mitzuteilen. Also lassen Sie uns unsere Reise beginnen. Team Appetito wird Ihnen heute zeigen, wie wir Konkurrenzfähigkeit kreieren und uns täglich verpflichten, die uns gestellten Aufgaben mit einer herausragenden Qualität zu erfüllen.